Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jögel, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich setz Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang ist das Militärmalaraktion im Luppe hindert! Es hat mich jeden nur als mitgegeben... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! No, I don't have a gun No, I don't have a gun No, I don't have a gun On Long Island, police ramping up search efforts for the person who cut down a traffic light camera Here's a video of what's left of the metal stanchion that once held that camera But residents have protested the installment of those red light cameras Not everyone is a fan And now, some in Suffolk County seem to have taken their dislike to a whole new level CBS2's Steve Langford reports on the latest arrest in an apparent campaign to block the cameras Our politicians are supposed to be setting an example NOT TURNING THEIR HEADS TO PEOPLE GETTING KILLED BECAUSE THE PLATE LIKES HAVE BEEN SHORTED FOR REVENUE